Auf jeden Fall, im ersten Part haben sich die beiden gebeefht und ich hoffe ihr habt die Strawpolle Frage gemacht, kann ich jetzt natürlich nicht wissen, weil wir das gleich aufnehmen. Denk dran, das ist ja mir. Ich bin zuhause auf der Karte, boah, das war so geil. Davon hast du mir gestern erzählt. Bra. Nenn das einfach. Was? Danke. Haus! Schwarze Bildschirm immer noch? Äh... Dölf schwarze Bildschirme. Uuuuh! Ja. Ich hab auch eine schwarze Bildschirm. Das liegt doch wahrscheinlich daran, dass ich ein schwarzer Mensch bin. Richtig. Ach du auch. Sind wir aber einfach zu nah an dem Bildschirm und deshalb war das alles schwarz. Flugzeug ist glatt hier. Alter, iiii. Iiii. Bitch, please. Alter, ein Feld voller Shinies, mann. Alter, jetzt ist gewonnen. Ich hab fabulous fucking Unicorn dabei. Können mich alle mal am Arsch lecken. Hä, Jungs, die hab ich... Das sind alles 100% edged Chinese Jungs. Richtig. Ähm... Ja, ich werd mich erst an alle verkrüppeln und geh auf Triplette und hau erstmal... Äh, einen raus. So wie... Aus Frauen. Schinken. Oh shit, mein DS leuchtet rot. Moment. Wo ist mein Ladekabel? Da ist mein Ladekabel. Sehr gut. Alarmstufe. Alter, ein Media... Äh, ein Media... Media Latius. Oder so. Ja. Vor allem mit dem besten... Schaut euch mal dieser... diesen ekelhaften Bastard an, Alter. Naja. Alter, ich fliege mal. Warum gehst du denn für Erdbeben, Mann? Du Ekel. Weil ich seh schon mal wo gesagt. Das ist gut für mich. Ah, getankt! Das ist einfach. Eigentlich... Ja, das hat mich irgendwie überrascht jetzt. Alter, er ist Schwächenschutz, oder was? Alter. Warum machst du das weh? Er geht jetzt in den Boden, Pokemon. Ich hab Donnerwild auf ihn geblattet. Alter, lächerlich. Oh, Digga. Komm schon, Alter. Ich hab mich selbst gefickt. Hahaha. Ich wollte eigentlich das scheiß Ding weghauen, ey. Jetzt guck erstmal Silver flinchen. Biss. Erstmal flinchen. Was für flinchen? Das kann ich flinchen. Das kann ich flinchen. Ey, es ist so lächerlich. Ja. Das geht an dich. Halt's Maul, das Ding hat Belebekraft und du kommst mit dir an den fucking Mega Latios und dem Le... äh... Ding ins... äh... Thunderous. Ne, warte mal. Du wirst nicht was zu sagen. Wie heißt das Ding? Äh, Tornadus. Tornadus. Tornadus, genau. Opfer, Alter. Also, auf Deutsch. Glaub ich, ja. Ja. Ich hab hier... Müll... Mülltonne stehen und da hab ich schon ein bisschen Taschentücher drin. Geil drauf. Das wollt ich jetzt auch wissen, oder? Das sind Dinge, das sind Dinge, die euch echt ansprechen und uns interessieren, oder? Gebt doch einfach zu, Mann! Hahaha. Oh mein Gott, die Unikon wurde ausgewechselt. Das hättest du mir. Hier schon den Powerboden. Ah, fahrt auf. Hab ich jetzt schon Erdbeeren drauf gemacht. Alter. Jetzt gibt's ein bisschen Power hier. Alter, Mann. Das ist noch nie. Silber mit einer 2. Tornabelle auf mein Ebony. Boah, sind ich bitte nicht unter Druck. Wetten auf mich? Ach so. Ausdauer. Wieso machst du denn Ausdauer? Weil ich überleben will. Krieg den Burn. Der crit, Mann. Der crit erst mal. Was hat der Typ? Was hat der Typ? Loll. Das ist mein Set, Alter. Salkbire. Diese Inlet-Lehre, diese Inlet-Lehre. Dich knock auf auf mich. Oh. 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 Die crit, die crit regnen. Die crit sind am regnen. Ey, Wolkenvogel, ich würd jetzt an deiner Stelle raus wechseln. Ich, äh... Ich mach dich kaputt, Digga. Evoli ist der Fred. Evoli ist der Fred. 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 Du musst erst mal was schauen. Dein Penis. Nimm ich die ganze Zeit erst mal ein bisschen Demention. Dressfliegel. Hallo. What? Alter, was? Evoli. Was ist das denn? Evoli ist Power. Was war das? Was zum Teufel? Wie, one shot nen fucking Evoli mit nem Dressfliegel nem fucking Raiko, Alter. Oh mein Gott, das war cool. Da gehen sie nur auf mich. Oh mein Gott, wie cool. Es war cool. Das war cool. Heult auch nicht rum. Oh mein Gott. Weißt ihr, jetzt greift da wieder den scheiß Wolkenvogel nicht an und dann gewinnt Philipp wieder, Alter. Mit den zwei fucking Legis, die ihr dabei habt. Evoli kill den Wolkenvogel. Mach ich. Nein. Doch, arg. Wie viel damage das jetzt gemacht hat. Boah, weh, ey. Sefi, ohne Scheiß. Mach jetzt nichts falsch. Fickt euch alle, Mann. Ich... Mach jetzt nichts falsch, ich sag's dir. Verpisst euch. Du schneidest dir damit nur ins eigene Fleisch. Nein. Ist mir wurscht, Alter. Verpisst euch alle. Du kriegst... Wenn du jetzt Irrlicht auf mich machst, du kriegst den Mist. Glaubst mir. Krieg ich nicht. Doch, du kriegst den. Es ist so lächerlich. Hat einfach mega zu wehre. Du bist dein scheiß lächerlich. Ich stech dich ab. Halt's Maul, Mann. Der mit dem Megalatius hier, oder was? Ja, Megalatius sind voll schlecht eigentlich. Ja, na klar. Alter, da geht auch ein Gedankengut. Ja, fickt euch. Ich lass mich nicht mehr angreifen von euch. Ganz einfach. Fiffenschlappe. Triplette trifft nicht. Trashflickl trifft nichts. Es ist so lächerlich. Oh Gott. Zweite Kill für Evoli. Evoli ist zu stark. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist, dass einfach ein Speedy wird von, der Philipp wird von den Evoli gekillt. Ist das nicht so fach? Das ist das Beste dran. Das ist das Beste. Das genieße ich so richtig. Hast du es auch genossen, als Raiko gebot-hitted wurde? Kallgon. Ja, ich habe mich verschrieben, seid ruhig. Ich weiß, was ich mich verschrieben habe. Halt bitte. Ich dachte. Wer hat sich echt? Was bist denn du für ein Sohn deiner Mutter? Ich bin ein Carsten. Alter Muttersohn. Das ist kein Muttersohn, ist ein Hur. Nein, Spaß. Boah. Alter, okay. Weil ich Evoli kill, weiß, weil ich muss Evoli jetzt töten. Nein. Alle auf keinen Grund. Alle auf keinen Grund. Lel. 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 Es ist Zeit, für das Evoli zu gehen. Jetzt ist es Zeit, erstmal für das Ding hier. Komm, ich hoffe, ich kriege den Burn und kill dann nicht. Nein. Nein. Ich töte es mit dir. Nein, Tiefi, und kill mir doch den Gun. Double Kill. Sifi. Sifi, das war jetzt die perfekte Strategie. Wie sie weghaugen haben sie gerade. Das hätten wir mal in Europa gegeben. Oh Mann, Leute. Hatte ihr gerade die Combo gesehen? Der eine macht Dreschlegel, der andere macht Triplette auf ihn. Und der andere macht dein Verstand, Pauke. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh. 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 Oh Gott. Mann, Leid, ich hab's gehört. Magiespiegel. Dankeschön. Nein, jetzt kann ich das Ding nicht paralysieren. Ja, richtig. Ja. Da ist eben Flugzeug dran. Du brauchst das Scheiß, wie ich eh nicht paralysieren. Oh Mann, Leute. Jetzt verdiene ich wegen euch. Ja. Wieso sind ja auch deine Gegner, du Idiot. Ja, ich bin voll unvollständig jetzt als erstes rausgestorben. Rausgestorben. Boah. Mega Gardevoir und mega fucking Latios auf einer Seite des Feldes. Ich sag nur Schallwelle, Draco Meteor, alles. Biss. Wieso gehst du denn auf mich, Alter? Ja, weil du ein Arsch auf bist. Oha. Du brauchst gar nicht mehr dafür. Oha. Schallwelle. LOL. Ohne Evolid aufgegessen, Digga. Digga. Ja, ist ja speziell defensiv, voll gut. Ich bin eben krass. Braa. Braa. Wetten, du pickst jetzt die Part. Es ist schon echt, Alter. Ja, die Part. Komm, Parra. Komm, Parra. Nur für dich. Oh, Crit. Crit. Jawohl, komm. Ja. Ja, vielleicht doch nicht. Okay. Komm, Parra. Komm, Parra. Komm, Parra. Komm, Parra. Sechs. Sechs. Ich überleg, ob ich jetzt einfach noch mein Donut... Sechs. Ähm. Ob ich jetzt mein Donut nicht opfer, weil es einfach so gute Arbeit lässt. Ja, opfer die Schlampe mal. Hä? Ich bin keine Schlampe, du Arschloch. Alter. Komm, Parra. Du schockst nicht auf mich? Ja, auf mich oder was? Geht ja gar nicht. Ich hätt' gelachen. Ja, du warst auf minus drei, Digga. Digga, Digga. Digga ist eins, Alter. Stimmt. Probieres tankt das fast auch noch. Ja, genau. Ihr werdet jetzt eh alle von Toraido gewreckt. Also gebt doch einfach auf. Ich hab' noch zwei Pokémon und ihr alle nur rein. Nein, ich hab' auch noch zwei. Ich hab' voll viele Pokémon. Hast du gar nicht, du Arschloch? Hä? Ich hab' drei Pokémon, man. So. Jungs, ich möchte jetzt bitte eine Schweigeminute für Dornen fahren. Oh shit, Alter. Ihr werdet sowas von mit den Erdbeben weggerackt. Das könnt ihr euch sowas aussehen. Ey, jemand fasst meinen Unicorn an, Alter. Dann seid ihr nicht mehr Fabulous. Ich mach' euch alle Sex. Dann sind wir nicht mehr Fabulous. Ihr seid nicht mehr Fabulous. Philippe, mach mal bitte einen Psycho-Schlag auf das Ding. Es hat gespielt. Echt? Der mit seiner Scheiß-Schallwelle, Alter. Geh' mal von der Schallwelle runter. Oh, was? Ich hab's getankt. LOL, stirb, du Bastard. Nein, was? LOL. Danke, mein Horst. Oh mein Gott. Dein Horst ist weiblich gefregt. Ey, yo, Silver. Silver, schlag mal das Scheiß-Ding mit einer Eisscherbe weg. Der Eisbitter reicht aber nicht. Der Eisbitter reicht aber nicht. Der Eisbitter reicht aber nicht. Klar reicht der. Klar reicht der. Klar reicht der. Auf jeden. Auf jeden reicht der. Nein, der reicht nicht. Don-Fan. 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 Nein, was? Ich hab's getankt. Er reicht einfach nicht. Alter, was ist das für ein Scheiß? Garter war es wieder. Nein. Ja, ich bin immerhin für dich anstatt für Sie von Muttersilver. Ich verstehe nur nicht, warum du auf die Feiertacke gegangen bist. Alle? Anzeige es raus. So, Kinder. Der ist Death. Der ist Death. Wow, Death Death. Ich hab gewonnen. Überhaupt nicht. Gewinn schon noch. Du bist nicht schneller. Ich bin schneller als Doof. Haha. Das war mein. Ich mach jetzt Double Protect. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Diverse Anzeigen laufen gegen dich, mein Freund. Anstatt Schallwelt zu machen. Ja, ne? Warum? Das ist so dumm, Alter. Ja, weil ich wusste, dass du jetzt ein Protect kommst, ihr Deppen. Ja, natürlich. Nur, nur um den Move zu revealen, ne? Ich kann einfach Psychoshock machen. Was ist das letzte Pokémon von mir? Weiß ich nicht. Tja. Ach stimmt, du kannst es nicht mehr nachschauen. Ich glaub, Evo-Dios hast du. Egal. Hau irgendeinen Move raus. Du ausspeedest sowieso und dann bekommst du noch einen zweiten. Du brauchst gar keine Mega. Ich hab gewonnen, Leute. Ich hab gewonnen. Du brauchst keine Mega. Es ist eine schöne Animation, Sephiroth. Ja, aber du könntest nochmal einen Temposhoot bekommen. Ja, ich weiß, es war grad ein Fehler. Hast du schon recht. Ach ja, stimmt. Ich versteh's auch. Ja, ja, ne. Ich hab's grad aufgeregt. Alter, wie er mich einfach flinchen will. Nein, ich hab mir einfach ganz gar nicht gemacht. Bra. Aber du hast verloren. Okay, ich will sehen, was dein letztes Pokémon ist. Der gute Drache. Der gute... Loll. Dein Max jetzt gleich der Drache ist süß. Goudra. Funny, oder? Mach mal Eiszahn an. Ich mach jetzt den coolsten Move ever. Mach keinen Irscher. Ich möchte nicht auf den Eiszahn gehen. Ich mach den coolsten Move ever. Ich hab gewonnen. Wahrscheinlich kommt das Drachenrote. Ne, leider kommt das coolste. Explosion. Konter. Ohhhh. 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 Es ist so lächerlich. Alter. Ohhhh. Ich hätte gedacht, Sefiron gewinnt irgendwer. Nicht schlecht. Das hat Leid zu... Das war echt ein liebes Geiler. Der Goudra. Der Konter auf Goudra, Alter. Ich hab gewonnen. Das war geil. Das muss man zugeben. Da hat mich Leid zerfickt grad. Ja. Leid hat dich grad in den Arsch... Arsch penetriert hat er dich grad. Ja, aber ich muss sagen mal ehrlich. Ich und Leid stehen uns so nah, das ist was Gutes. Ja eben. Die Thorstens haben gewonnen. Thorsten hat ihn wieder senkt.